Hi, ich bin Julia, studiere an der Ludwig-Maximilians-Universität in der schönsten Stadt Deutschlands, München. Klar sind wegen der Corona-Pandemie Uni-Betrieb und Studentenleben gerade runtergefahren. Umso mehr erinnere ich mich total gerne an die beiden letzten Semester mit super Veranstaltungen, neben der Uni natürlich. Ein super Ball in tollem Ambiente, vorher natürlich Tanzkurs zur Auffrischung, Vorträge mit namenhaften Referenten und Partyabende. Wo ich das alles erlebt habe? Kommt mit! So schön hier im Sommer. München halt. Na, da bin ich ja auch schon. In der Werneggstraße Nummer 6. Zwei meiner Freunde sind auch schon da. Natürlich draußen, in diesem wunderschönen Garten. Hier ist natürlich normalerweise viel mehr los. Wenn ihr Lust auf coole Veranstaltungen, super Jungs mit Prinzipien und das unter dem Motto Wer feiern kann, kann auch lernen habt, dann schaut doch mal vorbei. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020